Stehrink, Reschak und schon wieder war Stehrink da, aber dieser Pass ging zu Kreuf und das ist das 1 zu 0 nach einem Pass von Johann Kreuf. 1 zu 0 für den FC Barcelona durch die Nummer 11, durch Klares, nein durch Asensi. Torschütze Asensi nach einem Pass von Kreuf in der 22.